Heute haben wir wieder eine neue Challenge vorbereitet und zwar die Bestrafung gleich Tesafilm-Challenge. Das heißt, ich muss jetzt verschiedene Sachen machen. Wenn ich die Challenge bestehe, dann bekomme ich nichts. Wenn ich aber die Challenge verliere, dann wird mir Tesafilms Gesicht beschleubt. So, wir starten nun mit der ersten Runde. Ich kriege jetzt Essen und ich muss erraten, was es ist. Wenn ich es falsch sage, dann werde ich bestraft. Wenn nicht, dann nicht. Das ist jetzt schon mal eine Verpackung. Ich glaube, das sind zwei Zitrone. Richtig. Yeah. So eine Art Mille. Ich denke, ich glaube, Milchschnitte ist es, oder? Das ist ja falsch. Das war es nicht. Das ist jetzt meine Bestrafung. Ich weiß, ich mache das ja extra. Soll ich gleich den Fernseher zu öffnen? Jetzt mach. Das war die erste Tesafilm-Runde. Wir mussten das Experiment leider abbrechen, weil unser Tesafilm ausgegangen ist. Aber wir haben dafür jetzt ein neues Tesafilm geholt. Und ja, es geht in die nächste Runde. Das ist ja auch ein Zambi. Oh, scheiß. Wie wird es aufbekommen? Was ist denn dumm? Diese Challenge hat ja auch PewDiePie gemacht. Wasser auf jeden Fall. Wasser, hey. Ja, Wasser. Welches Wasser? Kohlensäure, Wasser? Falsch. Hey, wie war's denn? Weitungswasser. Mach auch dahin zu. Um den... Mach auch dahin zu. Aus dem... Aus dem... Aus dem... Zitronen-Eistee Voll, du wie ich hier seh' So, filmst du schon? Ja, doch nicht beim Mondo, du musst ja noch essen können Komm hier, da isst die Sonne der Schatten, komm hier hin oder duck dich Du Ist das gut? Ja, das so? Ja, das so 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 Sch Joel Du bist ja ganz fort Ja, das war's mit der Challenge mit dem heutigen Video Schaut auf jeden Fall beim letzten Video vorbei und drückt den Abo-Button, um kein Video mehr zu verpassen.